Musik Tagesenergien, Samstag, 18. Juli. Entspannen Sie, relaxen Sie. Jeder braucht mal ein kleines Service. Oft passiert heute Unvorhergesehenes, lassen Sie es zu. Anstrengend ist der heutige Tag nur, wenn Sie mit Gewalt an alten Strukturen festhalten, dann kann es auch zu Pannen kommen. Das Universum lenkt, lassen Sie es zu, dann sind sogar gute Resultate ohne Anstrengung möglich. Wenn Sie nicht loslassen können, kann Sie der Tag nämlich fast zur Verzweiflung bringen. Manches fassen Sie heute mit Logik nicht, es ist eben ein mystischer Tag. Lassen Sie Ihre Energie frei laufen. Musik 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 Musik